Diese Katastrophenszenen spielen sich am Sonntag, den 7. Dezember 1941, ab. An diesem Tag greift Japan überraschend Pearl Harbor an, wo die größte Militärflotte der USA stationiert ist. Für die USA ist es der erste Angriff dieses Ausmaßes auf eigenem Boden. Gemacht hat diese Bilder der einzige Profikameramann, der an dem Tag vor Ort war. Hier sehen wir ihn. Die Welt hat ihn mittlerweile vergessen. Sein Name? Al Brick. Pearl Harbor liegt hier, auf der Inselgruppe Hawaii. Mit dem Schiff sind es immerhin acht Tage Fahrt von Kalifornien hierher. Auf der anderen Seite liegt Japan. Sehen wir uns das mal genauer an. Pearl Harbor mit seinen großen Schlachtschiffen, die man hier im Bild sieht, ist der Marinestützpunkt der USA im Pazifik. Am frühen Morgen, das 7. Dezember 1941, sind japanische Flugzeugträger mit vollbeladenen Jagdbombern unterwegs. Die Amerikaner wissen nichts davon. Diese Bilder wurden ganz kurz nach dem Angriff gefilmt. Hier rechts und links davon seht ihr zwei brennende Schlachtschiffe. Da sind hunderte Männer an Bord. Hier ganz links seht ihr den Rumpf eines sinkenden Schlachtschiffs. Wie kommt es, dass Al Brick gerade vor Ort ist? Er soll eine Reportage über die US-Flotte drehen. An diesem Morgen hat Al Brick gleich zwei Kameras dabei. Mit der leichteren von beiden dreht er diese Bilder von einem Boot in der Bucht aus. Pearl Harbor ist ungefähr halb so groß wie Sylt. Al Brick filmt zuerst von hier aus, an Land, von weiter weg, um das Ausmaß der Schäden zu zeigen. In der Bucht sind sie am größten. Über 2000 Matrosen sterben hier. Dann filmt Al Brick vom Boot aus an mehreren Stellen in der Bucht, um die bombardierten Schiffe von Nahem zu zeigen. Am nächsten Tag filmt Al Brick weitere Schäden. Die Luftwaffenbasis wurde bombardiert und viele Flugzeuge sind Schrott. Am Montag, den 8. Dezember 1941, erklären die USA Japan den Krieg. Die US-Armee zensiert diese Bilder der Niederlage, da sie das amerikanische Volk entmutigen könnten. Ein Jahr danach haben die USA Japan mehrfach besiegt. Die Zensur wird aufgehoben. In den Nachrichten klingt es, als käme Al Brick gerade aus Pearl Harbor. A rival home of Al Brick, cameraman who filmed the Pearl Harbor attack. He was for 20 months with our Pacific Fleet. In the war crisis, Movie Tone sent him to Hawaii and kept him there. So he was on the scene when the treacherous blow was dealt. In the surprise assault, American warplanes were caught on the ground and bombed. Most of them were disabled. That crippled our air opposition to the Japs. And their planes were able to swarm over the harbor and bomb and torpedo the warships there. Und so stellt Hollywood den Angriff auf Pearl Harbor dar. Hollywood im Dienst der US-Armee, wohlgemerkt. Regie führt dieser Mann, John Ford, ein berühmter Regisseur. Er hält sich nicht wirklich an die Realität und zeigt US-Soldaten, die Pearl Harbor heldenhaft gegen die Japaner verteidigen. In seinem Film verwendet John Ford auch die echten Bilder aus Pearl Harbor, ohne je zu sagen, dass sie von Al Brick sind. Deshalb erinnert sich heute niemand mehr an den Kameramann. John Ford wiederum bekommt einen Oscar für seinen Film. Und was wurde aus Al Brick? I don't know what to say. Wait a minute. Er wird bis zu seinem Tod im Jahr 1951 weiterhin für Nachrichtensendungen filmen. عمal.